Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es geht inzwischen auch nicht mehr nur um die Rettung von Geld, es geht schon gar nicht um Rechthaberei, sondern es geht um die Wiederherstellung von Vertrauen. Das ist die Aufgabe und Herausforderung, die wir leisten müssen. Ich glaube, ein Charakteristikum jedenfalls ist, dass Risiken, auch Krisen, zwar national und regional entstehen, aber nicht mehr national und regional in ihren Auswirkungen begrenzbar sind, sondern eine globale Streuung und Auswirkung haben, und zwar für Politik, Wirtschaft und private Haushalte in der ganzen Welt. Keiner kann sich diesen Risiken und Krisen, die an irgendeiner Stelle, diesmal in den USA, aber es könnte auch Asien sein, entstehen, auch hier in Deutschland entziehen. Wir sind verbunden miteinander. Ich glaube, dass in dieser Finanzmarktkrise die Stunde Europas schlägt. Wir fragen nach den großen Erfolgen der europäischen Integration jetzt auch immer wieder, was ist eigentlich die Legitimation Europas heute? Ist Europa Opfer seines eigenen Erfolges geworden? Nein, Europa erweist sich in dem Zeitalter der Globalisierung als die beste Antwort auf die Globalisierung, die erste und beste Antwort. Ich glaube, wir brauchen auch neben einem Regulierungsansatz einen gemeinsamen, abgestimmten, kohärenten Deutschland und Frankreich insbesondere zusammenfassenden und vereinenden Wachstums- und wirtschaftspolitischen Ansatz in der Europäischen Union. Wir brauchen auch mehr Kohärenz der Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union und können nicht sagen, Deutschland und Frankreich sind halt eben traditionell verschieden. Nein, das können wir uns nicht mehr leisten. Wir brauchen, glaube ich, eine besser abgestimmte Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union. Drittens. Was bedeutet das für Deutschland? Das gilt auch für die Sozialpolitik. Völlig richtig. Man kann übrigens Wirtschafts- und Sozialpolitik auch an dieser Stelle nicht unabhängig voneinander denken. Völlig richtig. Drittens. Was bedeutet das für Deutschland? Es bedeutet erstens, dass Protektionismus keine vernünftige Option für unser Land ist. Es bedeutet, dass Stimmungsmache und Angstmache das Gegenteil von politischer Verantwortung ist. Meine Damen und Herren, es ist geradezu verwerflich, die Ängste von Menschen zu parteipolitischen Zwecken zu missbrauchen, wie es Ihre Methode ist. Es ist etwas anderes, ob der Staat im Krisenfall einer privaten Bank dieser privaten Bank gegenüber tritt und entscheiden kann, ob er hilft, ob er interveniert oder ob er das nicht für richtig hält oder ob der Staat mit dem Vehikel einer öffentlich-rechtlichen oder auch bewusst gesprochen öffentlichen Bank, also privatrechtlichen Bank mit erheblicher öffentlicher Beteiligung selber Akteur ist und für sein Fehlverhalten die Bürgerinnen und Bürger und die Steuerzahler direkt oder mittelbar mit in Haftung bringt, meine Damen und Herren. Diese Inhaftungnahme der Bürger und Steuerzahler braucht die Rechtfertigung und diejenigen, die eine führende Rolle von Staatsbanken, auch der Bundesfinanzminister hat es ja im Interview angeregt, die haben eine Bringschuld dafür, dass auch öffentliche Banken sich im internationalen Finanzgeschäft beteiligen sollen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und dass diese Bringschuld nicht erbracht werden kann an dieser Stelle. Ich glaube, dass diese Finanzmarktkrise den Sinn von Konsolidierungs- und Wachstumspolitik deutlich macht, der darin liegt, dass der Staat wieder Handlungsfähigkeit gewinnt. Meine Damen und Herren, ein überschuldeter Staat ist nicht krisenfähig, er kann nicht handeln und darum müssen wir diesen Kurs zu konsolidieren, Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen, Wachstumsgrundlagen zu stärken, fortsetzen. Er macht unser Land auch stark durch Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Stärke gegenüber den Ansteckungsgefahren der Weltwirtschaft. Ich bin ganz sicher, dass wenn wir auf die Stärken und das Potenzial unseres Landes schauen, wir haben es sichtbar in den letzten zwei Jahren gesehen, dann haben wir die Verpflichtung, diesen Mut auch mit Optimismus zu haben und unserem Land zu dienen, dass wir es wetterfest machen in diesen Zeiten, die Chancen nutzen, aber es bedarf auch einer aktiven Annahme der Herausforderungen der Globalisierung und das ist eine Aufgabe, die wir in diesem Parlament mit leisten müssen. Herzlichen Dank.